Moritz Wo sind die Fähigkeiten? 3 Minuten und 30 noch zu spielen in etwa. Wieder eine gute Tat von Richie Golds, der mir sehr, sehr gut gefällt in diesem Turnier. Die große Chance für den Esser-Berner, das 2 zu lösen. Sie erneut nach einer schönen Co-Produktion... ...die Zügeligte am Vorsteller Saathaus. Hier, vor Eintrückkulisse, quasi neben dem Kreuzfahrtstadion. Und das war dann hier in Pascal Kniebeck. Der Eintracht zu 2 zu 0 für den Esser-Berner. Der Eintracht zu 1. Der Eintracht zu 1. Der Eintracht zu 2. Er hat die Sten zu 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 4. Es sind nur zwei an der Zahl und zwei von Ihnen hier im Publikum haben genau so einen Ball. Wir werden uns später melden und dann heißt es neu in der Schüsse. Und da kommt der Treffer hier mit der KSV. Die erste Röcke, zwei, zuerst der erste Treffer, Kobi. Die erste Röcke, zwei, zuerst der erste Röcke. Da hat er die KSV gewartet und passt ihn einmal rüber. 20.70 von der Läublemen Sascha Abans. Somit ist es 3 zu 1 in der 40 Spielminute. Das macht der Jens Lothar ganz nur für die Qualität sein. Der letzte Zielber, der Wachowski, zum 1-2 für Werder. 4 zu 1 zwischen dem S.O. Wörner-Bringen und dem Hamburger Sportmann.